ihn oder ihm, sie oder ihr. Im Deutschen steht entweder der Akkusativ, der Dativ oder der Akkusativ und der Dativ nach Verben. Verben mit dem Akkusativ sind ich sehe, ich kenne, ich liebe, ich brauche und so weiter. Zum Beispiel ich sehe dich, ich kenne ihn, ich liebe sie und ich brauche euch. Verben mit dem Dativ. Ich helfe, ich gratuliere, ich danke, ich antworte. Zum Beispiel ich helfe, dir, ich gratuliere, ihm, ich danke, ihr, ich antworte, ihnen. Manche Verben stehen mit dem Akkusativ und Dativ. Zum Beispiel ich gebe, ich bringe, ich sage, ich erkläre. Wir erhalten die Sätze. Ich gebe, es ihm. Ich bringe, sie dir. Ich sage, es ihr. Ich erkläre, es euch. Weitere Informationen und vor allem eine Liste mit den Verben, die einen Dativ benötigen, findet ihr unten auf dem Link. Bis dann. Ciao. Ciao.